Lilo und Stitch. Die Serie. Gleich. Alle fertig machen. Für den lustigsten Tag im Jahr. Am 1. April haben wir den ganzen Tag Spaß. Superlässig. April, April. Der Comedy-Tag im Disney Channel. Am Sonntag ab 11.30 Uhr im Disney Channel. Endlich. Ab April sind eure Abende gerettet. Das wird aber auch Zeit. Volle Kanne. 20.15 Uhr ist eure Zeit. Das ist ja perfekt, Mann. Perfekt, ja. Los geht's jeden Dienstag mit einfach Cory. Oh, ist fresh und lässig. Mittwochs weiter mit American Dragon. Seht euch das an. Der Typ ist ja volle Oberhammer. Ab geht's ins Hotel Zack und Cody. Jeden Donnerstag. Ja. Ab April ist 20.15 Uhr für euch reserviert. Ja. Extrem coole Aktion. Eure Lieblingsserien. Ab Dienstag um 20.15 Uhr. Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Im Disney Channel.